Du möchtest ein Musikstück unter dein iMovie-Video legen? Kein Problem, ich zeige dir, wie es geht. Bei Audio und Video findest du drei Quellen zum Hinzufügen von Audiodateien. Aus der iTunes-Mediathek, aus der Apple TV-Mediathek und aus den Toneffekten. Hier kannst du bei Drag & Drop deinen Song einfach anwählen. Wenn du deine Audiospur direkt unter deinen Videoclip ziehst, verbindet diese sich automatisch mit dem Clip. Es gibt aber auch eine separate Tonbearbeitungsspur. Die befindet sich unter dieser Linie hier. Wenn du diese separate Spur nutzt, ist das Audio nicht mit speziellen Videoclips verbunden. Und eine Veränderung des Videos verändert das Audio und nicht. Wenn du deinen Videoclip individuell anwählst, dann kannst du deine Hintergrundmusik automatisch anpassen lassen. Hier über dem Vorschaufenster unter dem Mikrofonsymbol. Du kannst auch steuern, wie die Musik angepasst werden soll. Mein Tipp, hol dir die Musik im Essence-Video, wenn der Schnitt der Videoclips bereits steht. Warum? Na, stell dir mal vor, du gibst dir mit der Musik so richtig Mühe, aber dann veränderst du nachher noch was da in der Story, in der Timeline. Da musst du die Musik nochmal anpassen. Und dann machst du die doppelte Arbeit und verschwendest wertvolle Zeit. Und deshalb platzt du mir hier einfach so mein Tutorial. Aha, kommt noch besser. Ich habe sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für super schnellen Videoschnitt gemacht. Der Workflow, verstehst du? Damit es schnell geht in iMovie. Na, erzähl mal. Diese Anleitung für schnellen Videoschnitt bekommst du kostenlos in meinem Videoschnitt-Webinar. Das ist speziell gemacht für Leute mit wenig Zeit. Hier kannst du schauen, ob der Workshop aktuell stattfindet und ob ein Termin verfügbar ist. Den Link findest du auch direkt unter diesem Video. Filmt eure Lieben und liebt eure Filme.